Eine Begegnung, ein Mann, eine Liebe. Welche Farbe haben meine Augen? Deine Augen sind blau wie der Ozean. Sollen wir noch zu dir hochgehen? Sorry, ich kann echt nicht. Ich habe morgen eine Vorlese. Und ein Problem. Katie ist leidenschaftliche Hobby-Politikerin. Bei den Investitionen in die Bildung von Mädchen kann man einen hohen Nutzen erwarten. Und Devin? Nicht. Ey, da steht deine Mutter. Ich baller sie ab. Bam, bam, bam. Sie gibt ihm ein Ultimatum. Bevor du zu mir finden kannst, musst du erst mal zur Demokratie finden. Demokratie, wer bist du? Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Er ist echt süß, aber dann macht er irgendwie immer so dumme Sachen, wo ich einfach nur im Kopf schüllen kann. Und ich weiß nicht, ob mich das zu arg stört. Kieler Muniz, Jarlitz Gohenson, Pitt Britt und Frames Janko. Ich habe ja keine Ahnung. Du bist ja die große Schnecke. Mit einem riesengroßen Haus. Die Demokratie, meine Freundin und ich. Jetzt im Kino. Die Demokratie, meine Freundin und ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017